Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei 3.07 Uhr, ich bin's wieder Christian und wir spielen wieder Pokémon. Hier sind wir in der letzten Folge auch stehen geblieben und ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. In der letzten Folge habe ich auch gesagt, wir gucken mal eben schnell nach den TM und VMs nach. Wir haben hier Ruheort bekommen und ich glaube das war's. Haben wir nur die eine bekommen? Echt jetzt? Wir haben echt nur die eine bekommen? Gut, ähm... Wen könnte man das denn überhaupt alles beibringen bei uns? Wir können ja mal gucken. Ja, mal sehen. Man könnte es nur Taubsee beibringen. Aber das lassen wir erstmal noch. Wir gucken erstmal, vielleicht finden wir ja bald noch mal gucken, was aus unserem Ei entwickelt, das wir ja auch letzte Folge bekommen haben. Das werden wir dann auch sehen. Wir laufen einfach mal weiter. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hinlaufen. Ich gucke mal lieber eben schnell. Da ist der Nationalpark, da ist Ducatia City. Die Arena. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Ach, warte mal. Hier waren gerade irgendwie noch Nachrichten, sehe ich gerade. Achso, ne. Geil. Okay, doch nicht. Ich habe mich verguckt. Guck mal denn hier hin, wenn man da mal durchgeht. Ist im Kreis gelaufen, bin dann heulich. In den Alf-Ruinen. Ist das cool hier. Gucken, wenn wir hier irgendwo reingehen. Was passiert, wenn wir mal hier reingehen. Oh. Wo sind wir denn hier? Okay. Okay, die Musik hier ist ein bisschen gruselig. Ach, guck mal, hier kann man hochgehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Achso, okay. Hier kommt man wieder raus. Dann ist gut. Da kann ich irgendwie her. Ich denke mal, hier ist nichts Besonderes erstmal. Vielleicht hier mal einmal reingucken nochmal schnell. Ach, hier kann man gar nicht rein. Okay. Ja gut, Leute, dann war es das hier erstmal. Wir gehen nochmal wieder da raus. Ich habe mir irgendwie mehr erhofft davon. Gehen wir mal hier weiter. Dann können wir gar nicht durch. Cool. Wir sind ja hier wohl wieder raus. Sind wir wohl irgendwie falsch gelaufen. Ah, re. Wo müssen wir denn dann hin? Hier können wir ja auch nicht durch, oder? Hm. Denke mal. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir her müssen. Da sind wir in der letzten Folge beinahe vorbeigelaufen. Wir müssen hier her. Dann im Prinzip wieder den ganzen Weg zurück. Dann hier durch. Dunkelhöhle. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Oh mein Gott, das ist ja echt dunkel hier. Gott. Nee, ein Zubat. Nee, wir nehmen nicht das. Wir nehmen... Wir nehmen... Wir nehmen Knopfhändler. Oh. Oh. Oh, ich dachte eigentlich, äh... Blitz macht Schaden. Ups. Dann machen wir mal Rankenhieb. Oh, das zieht kaum Schaden. Dann wechseln wir doch nochmal unser Pokémon. Ach, nee. Dann kommt jetzt Karnimani. Oh, der kommt nur Leben, sehe ich gerade. Den hätten wir vielleicht mal aufladen sollen. Ich hoffe mal, das macht nicht viel Schaden. Nein. Okay, das geht. Krotz. Krotz. Ach, nee, Biss. Ups. Und weg. Tim, 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 Tim. Das kann nicht wahr sein. Wieder Zubat. Ne. Ne. Klein Stein. Stimmt ja. Wenn ich Pokémon Blitz einsetzen lasse. Wenn ich ver. ... ... ... komm ich jetzt wieder hier raus ein klein stein ja Leute wir müssen hier wieder irgendwie rauskommen richtig jetzt hab ich keine Lust mehr Zubot so jetzt machen wir das anders jetzt machen wir das so jetzt gehen wir den erstmal weiter geben der soll den nicht tragen ist doch doof trotzdem noch was anderes so jetzt machen wir mal Taubsi nach vorne Taubsi gegen Taubsi oh wir kriegen 3 wo wir sind ich glaube wir müssen da her süß Assi ey ich will nicht ich will nochmal eben gucken hier oh wir laufen falsch hierher müssen wir kann nicht wahr sein schon wieder ein Taubsi hier hier müssen wir nämlich durch glaube ich Route 46 oh wir kommen wir glaube ich gar nicht durch ein Habituck das ist doch ein niedriges Level sonst würde ich das fangen hier weil das sind einfach zu wenig ja das Assi ey das Assi ey das Assi ey das Assi Ich kann ja gar nicht durch, ey Okay, wo muss ich denn dann her, ey Ist das jetzt ein bisschen doof Ich da her oder da her? Kann mich das Ding denn nicht einfach einmal in Ruhe lassen? Ich kann ja gar nicht durch, ey Ach, lol Musste kommen Wir haben eine ganz schöne Oh On, Leo Aber da flüchten wir Wir haben eine ganz schöne Wir haben eine ganz schöne viola city jetzt müssen wir eigentlich hier irgendwo runter gleich wenn wir nicht jawohl hier kommt er doch schon der scheiß ruinen drin so von dem habe ich noch etwas bekommen sicher nur fenster warte mal welches level unser fenster unser ist auf drei aber unser hat schon blitz erlernt das kann ich nie machen wir flüchten schon wieder die diesmal ein rad fraz na komm da kämpfen wir entgegen ok und ende und level ab bei taubsee oh scheiße da flüchten wir jetzt auch eben und jetzt müssen wir aber eben hier und rechtes erstmal und warum wusste ich das denn lol was ist das denn was ist das denn das ist hier zum ersten mal alter das müssen wir haben leute ich weiß nicht was das für ein pokémon ist wer heilt sich einfach jetzt heilt ihr sich die ganze zeit hoch alter ich denke mir jetzt ist das ding direkt weg na gut der heilt sich wieder komplett hoch der machen wir mal kratzer ja okay scheiße hätte eigentlich vor den gab den zu fangen na egal ach scheiße man ist das ist das denn das ist das denn die folge ist schon wieder ziemlich lang sehe ich gerade naja ich fang einfach schon mal an ich brauche immer eine weile bis dass ich endlich auf den punkt komme ich hoffe es hat euch gefallen liebe leute wenn ja dann seid doch in der nächsten folge wieder am start guckt auch gerne bei justin vorbei der ist nämlich auch pokémon am spielen er spielt aber hart gold und ich bin ja so silva am spielen guckt auch bei ihnen vorbei das freut sich er freut sich bestimmt auch sehr und ja wenn es euch wirklich gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben da vielleicht auch ein kommentar falls ihr noch irgendwas zu herzen habt wenn falls ihr ein besonderes pokémon sehen wollt und ich gucken soll ob ich es vielleicht kriege was ist das denn bitte nicht scheiße ich kann nichts machen ich bin tot alter mein taub sie ist tot egal wie gesagt ich hoffe ich muss jetzt ein bisschen länger rennen irgendwie habe ich gedacht das geht alles schneller ja alles ein kommentar und sogar ein abo da damit ihr nichts mehr verpasst und ich würde dann sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn wir das spiel mal hier so langsam wenden können ach geht doch weil die folge schon wieder sehr lang ja liebe leute wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich sag schon mal tschüss und bis zum nächsten mal war 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 ist Untertitelung des ZDF, 2020